Kapitel 32 Ikassoas Geburtstag Der Abend mit den Drachenoberhäuptern ging wie zu erwarten mit ausgelassenen Feiern und Trunkenheit vorbei. Inzwischen waren einige Tage vergangen und ich machte mich gerade für Ikassoas Geburtstag fertig, als mich mal wieder ein Klopf an der Tür unterbrach. Diesmal aber bescherte mir der Besuch ein großes, glückliches Lächeln. Blessem stand in einem wunderschönen, weißen, hautengen Kleid vor mir. Die Ränder an Arm und Hals des Kleides waren mit einem leichten, bläulichen Ton versehen. Außerdem trug sie Handschuhe im gleichen Stil. Ungefragt meinte ich, du siehst hinreißend aus. Sie warf mir sofort einen bösen Blick zu, kam dann aber auf mich zu und drückte mir einen Kuss auf. Sofort waren wir wieder in einer innigen Umarmung versunken. Als wir uns wieder dazu durchrangen, uns voneinander zu lösen, sah sie mich ebenfalls genau an. Ist das nicht das gleiche wie auf dem Mondfest? Stutzte sie. Ich lachte auf. Ja, das hast du richtig erkannt. Ist ja nicht so, dass ich für jeden festlichen Anlass etwas anderes hätte. Sie verdrehte daraufhin nur ihre Augen. Ich nahm noch schnell Karkandor zur Hand und bot ihr dann die noch Freie. Sie aber blickte sich überrascht um. Hast du kein Geschenk für die Kleine? Doch, ich erklärte kurz angebunden. Doch, das wird aber speziell. Was ich damit meine, wirst du schon noch sehen. So gingen wir also in die Stadt, zu Rakandors Haus. Ich wollte gerade klopfen, da machte uns Rakanda auch schon die Tür auf. Da seid ihr ja, genau pünktlich, wie zu erwarten. Er zwinkerte mich an und sah sich dann Blessem an. Hast du es also geschafft, meinem Bruder den Kopf zu verdrehen? Dann wünsche ich euch mal Glück miteinander, sagte er keck. Blessem und ich wurden sofort rot. Rakanda lachte bloß und führte uns in die Wohnung hinein. Alles war schön hergerichtet worden. An der Decke hingen glitzernde Banner, die Ikasua beglückwünschten und überall in den Ecken waren Energielichter verteilt. Diese Lichter wechselten alle halbe Minute ihre Farben, sodass der Raum von einem regenbogenfarbenen Lichtermix durchzogen wurde. Das Geburtstagskind spielte mit Weisker in einer Ecke, in dem sie immer wieder an seinem Hals herunterhangelte und schaukelte. Als sie aber Blessem und mich sah, war Weisker gleich vergessen und sie stürmte freudig zu mir. Ich lehnte Kakando an den schon reichlich gedeckten großen Tisch neben mir an und kniete nieder, damit sie mich umarmen konnte. Herzlichen Glückwunsch, Ikasua, wünschte ich ihr. Sie drückte mich fest an sich. Da kam auch Blessem zu ihr und bückte sich zu ihr. Von mir natürlich auch alles Gute. Für einen Moment schaute Ikasua sie befremdlich an. Dann aber warf sie sich ihr ebenfalls in die Arme. Sie war zutraulich, wie immer. Nach der Begrüßung setzten wir uns alle an den Tisch. Kekse, Kuchen, allerlei Gebäck und Kaffee sowie Kakao für Ikasua standen bereit. Nur eins fiel mir auf. Wo ist denn deine Frau? Feiert sie nicht mit? Entschuldigend, meinte Kakando. Sie ist leider krank. Wir gehen von einer Grippe aus. Ich schlug vor, die Feier bis zu ihrer Genesung zu verschieben, aber sie beharrte auf den tatsächlichen Geburtstag. Macht ihr aber keine Sorgen. Alles noch harmlos. Etwas beunruhigte mich das schon. Ich war mir nicht sicher. Meinem Gefühl zu urteilen lag etwas in der Luft. Allerdings hoffte ich sehr, damit falsch zu liegen. Mir war nicht der Sinn nach einem neuten Problem. Dann richte ich ihr mal gute Besserungswünsche aus. Er nickte. Nachdem jeder ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee vor sich hatte, fiel mir Weiska auf. Er saß in Drachengestalt weiterhin in der Ecke sitzend, in der er zuvor mit Ikasua spielte. Daher fragte ich Rakanda, darf Weiska denn gar nicht mitfeiern? Er könnte in seiner Atlantanergestalt mit am Tisch sitzen. Dieser aber verzog eine Miene. Ich habe ihm untersagt, in meinem Haus als Atlantaner herumzulaufen. Für mich ist es wichtig, dass wir die Grenzen zwischen Drachen und Atlantaner nicht verschwimmen lassen. Das gab mir zu denken. Du solltest ihn allerdings nicht wie ein einfaches Haustier betrachten. Er ist ebenso würdig, wie wir behandelt zu werden, entgegnete ich ihm. Doch mit jedem meiner Worte schien ich meinen Bruder lediglich weiter zu verärgern. In meinen Augen ist er aber nun mal nur ein Haustier. Tut mir leid, wenn es deine Anschauung der Welt stört, aber für mich wird ein Drache niemals ebenbürtig zu mir sein. Unter diesem Standpunkt war eine weitere Diskussion mit ihm sinnlos für mich. Daher nahm ich einen Schluck Kaffee und setzte anschließend ein neues Thema an. Wie sieht es in den Ermittlungen zum Fall Griffoggerie aus? Irgendwelche neuen Erkenntnisse von der Verteidigungsarmee? Mein Bruder sah mich kurz überrascht an. Die Frage kam für ihn wohl unerwartet. Nachdem er den Bissen Kuchen heruntergeschluckt hatte, den er gerade aß, antwortete er, Das darf ich euch eigentlich nicht sagen. Da du ihn aber zuletzt gesehen hast, also zumindest kann man inzwischen davon ausgehen, es war Mord. Das traf mich. Das Traummedium war also tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wie kommt es zu dieser Feststellung, bohrte ich nach. Rakanda schien das Thema unangenehm. So genau kann und darf ich das gar nicht sagen. Sagen wir einfach, es wurde offengelegt, dass er sich nicht selbst in diese Lage hätte bringen können. Sprach er dennoch darüber. Plötzlich piekte es mir in der Seite. Blessem kniff mich und gab mit Zeichen nicht weiter auf dem Thema zu bestehen. Innerlich war ich zwar heiß, mehr darüber zu erfahren. Ich beließ es aber Blessem zur Liebe dabei. Also gut, was treibt die Verteidigungsarmee denn sonst noch so? Was wir eventuell wissen dürfen? Wollte ich ihm entgegenkommen. Schon lächelte er wieder etwas. Tatsächlich fordern wir sogar bei einer großen Aktion die Bürger auf, uns zu unterstützen. Wir wollen diesen Drachen verehrern, die am magischen Turnier teilnehmen, auf die Schliche kommen, verkündete er. Ikassoas Augen leuchteten auf, aber Rakanda tätelte sie. Nicht deine Freunde, Schätzchen. Mein Interesse war geweckt. Was genau meinst du mit, auf die Schliche kommen? Seht ihr sie als eine Gefahr in irgendeiner Sicht an? Wollte ich wissen. Rakanda nahm sich ein Plätzchen mit Marvelladen Oberfläche und begutachtete es genau, während er sprach, wir haben von vielen besorgten Bürgern zu hören bekommen, dass diese Drachenverehrer sich selbst die Erlaubnis erteilt haben, von ihnen unerwünschte Personen aus der Nähe des Drachengebietes zu verscheuchen. Auch wenn mir persönlich egal ist, wenn diese Spinner die Wege zu den Drachen für sich beanspruchen, sie haben nicht das Recht dazu, andere Bürger von dort fernzuhalten. Darum ermitteln wir gegen sie und versuchen unsere Leute in deren Reihen zu schmuggeln. Die Ankündigung des Königs, ganz am Anfang des Turniers, hat auf dies angespielt. Es ist immerhin klüger, dort keine wehrlosen Weichlinge hinzuschicken, falls es gefährlich wird. Es ging dabei um die Drachenverehrer? Das ist interessant. Ich ging von einer unterschwelligen Kriegswarnung aus, kommentierte ich. Er schüttelte den Kopf. Nein, an einen Krieg sollte das nicht deuten, mehr an eine beunruhigende Entwicklung mitten unter uns. Es musste verschlüsselt angesprochen werden. Immerhin waren die zu beschattenen Personen auch anwesend. Meine Beobachtung gegenüber den Leuten um Achandroer stimmten also mit der Sachlage überein. Die Drachenverehrer schotteten andere Atlantaner von den Wegen unmittelbar in der Nähe des Drachengebietes ab. Wie es der Zufall will, war ich die Tage bei diesen eingeladen und habe dort etwas für Stimmung gesorgt, eröffnete ich ihm. Mit großen Augen schaute Rakanda mich an. Du warst bei den Typen? Oha, also was ist passiert? Hatte ich ihn doch wirklich mal mit etwas überraschen können? Schmunzeln schilderte ich ihm kurz und knapp das Geschehen dort. Als meine Erzählung abgeschlossen war, veränderte sich Rakandas Miene und er wirkte sehr nachdenklich geworden. Denkst du, sie könnten sich demnächst erdreisten, den Drachen noch näher zu kommen? Scheinbar ist ihre Scheu vor dir und den Drachen wesentlich geringer, als es bei deinen üblichen Fans der Fall ist. Fragte er bedächtlich nach. Dazu musste ich nicht groß nachdenken. Selbst wenn sie es wagen sollten, glaub ja nicht, meine Drachen seien dumm. Sie wissen ebenfalls von den Aktivitäten des Achandroas Bescheid und ich schwöre dir, sie gehen niemals auf ihn ein. Meine Empörung über Rakandas unterschwelligen Vorwurf, meine Drachen seien für diese Verrückten anfällig, war groß. Du bezichtigst die Drachen doch nur, weil du selbst Vorurteile gegen sie hast. Was glaubst du, wozu ich Weisgar habe als Preis hergeben lassen? Die Verhältnisse zwischen den Rassen muss endlich aufklaren, ärgerte ich mich. Rakanda sah mich mit einer nicht deutbaren Miene an. Er wollte es nicht zugeben, aber damit war ich an seine Achillesferse gekommen. Wir wussten beide, wie überaus negativ er zu den Drachen stand. Das aber offen für sich zuzugeben, behagte ihm offenkundig nicht. Damit kritisierte er immerhin zugleich das Werk, für das ich als sein Bruder gesellschaftlich anerkannt wurde. Rakanda warf einen kurzen Blick auf Weisgar, der noch immer brav, in seiner Ecke war. Er murmelte, Ich bin nicht gegen deine Drachen, aber ich sehe sie nicht als ebenbürtig gegenüber den Atlantanern. Es stimmt, sie sind stark und könnten uns nützlich sein, aber ich sehe auch die potenzielle Gefahr, die von ihnen ausgeht. Ich ließ mir seine Worte durch den Kopf gehen. Natürlich, er dachte als Krieger über die militärische Stärke der Drachen nach und man musste wohl kaum erwähnen, wie enorm diese im Notfall sein konnte. Dennoch, es waren meine Drachen. Deine Angst ist nachvollziehbar, wenn man es aus deiner Position heraus betrachtet. Ich versichere dir, solange die Drachen mich als ihren Herrn ansehen, wird da nichts passieren. Die Wahrscheinlichkeit wiederum, dass sie sich von mir abwenden ist, verschwindend klein, beachtet man ihre seelische Struktur. Ich beugte mich für den nachfolgenden Satz über den Tisch hinweg zu meinem Bruder hin. Sie können ohne mich nicht existieren. Rakanda sah mir bei diesen Worten tief in die Augen und er wusste, dass seine gesamten Argumente gegen die Drachen mit diesem Fakt widerlegt waren. Seine Augen strahlten so viel Kraft und kämpferische Ambitionen aus, aber auch so viel Angst vor der Zukunft. Es war erstaunlich. Sein ganzes Verhalten zeigte großes Interesse an einem nahenden Konflikt für seine Kämpfer-Ehre. Zugleich fürchtete er sich vor dem Tag der Tage. Er wandte sich von mir ab und erst jetzt bemerkte ich, dass ich wohl versehentlich eine kleine Verbindung zwischen uns erzeugt hatte. Das aber schien er gar nicht erkannt zu haben. Zu meinem Glück. Es wäre peinlich geworden, wenn er meinen Zugriff auf seinen Geist kommentiert hätte. Alles, was er jedoch tat, war Waisker weiterhin argwöhnisch anzusehen. Da erklang Blessem-Stimme neben mir. Ist es also das? Du siehst die Drachen als weniger wert als die Atlantaner und darum willst du auch nicht, dass Waisker seine Gestalt ändert? Es würde dir vorkommen, als Versuche ein Untergebener sich mit dir gleichzustellen? Ich war von ihrem Einwurf etwas überrascht. Sie hatte bisher wenig gesagt und gerade bei dieser heiklen Thematik war es mutig, sich einzubringen. Rakanda nickte. Das siehst du richtig. Scheint, als habe Rakanda sich ein kluges Mädchen geangelt. Blessem und ich schauten verlegend rein. Nun, es wird Zeit für Ikasoras geschenkt, nicht wahr? Fragte ich in ihre Richtung und begab mich mit Kakando in der Hand zu einer freien Ecke des Raumes. Als alle Augen auf mich gerichtet waren, sagte ich noch, Ich hoffe, das wird dir gefallen. Dann legte ich los. Ich hoffe, das wird dir gefallen.